Unglaublich, im Ganzen bis zu Münster sind an diesem Wochenende über 7200 Jugendliche für den guten Zweck unterwegs. Ja, von Nord nach Süd, von West nach Ost und ich fahre mit dem Auto mal rum und wir schauen uns einige Projekte an. Ich bin jetzt hier bei St. Martinus in Greven am Hallenbad. Die haben hier ein riesen Loch mit viel Erde. Henry, was macht ihr hier? Wir bauen hier eine Art Sitzbank für Jugendliche. Soll so ein kleiner Jugendtreff werden. Das wird nachher mit Rollrasen überzogen. Dann kann man hier drauf chillen. Das wird eine coole Sache. In der Mitte kommt eine Feuerstelle. Also ihr chillt im Loch? Ja, kann man so sagen. Dann wünsche ich dir frohes Schaffen und nachher viel Spaß beim Grillen. Das sieht ja hier schon ziemlich nach angestrengter Arbeit aus. Anne-Marie, was habt ihr hier vor? Wir wollen hier den Platz pflastern und dann dort zwei Bänke mit reinbauen und einen großen Anker, den wir geschüttet bekommen haben, ebenfalls dort befestigen. Ein Anker, wie seid ihr darauf gekommen? Das war das Gemeindenteam. Das hat sich das als Ruhepunkt überlegt und dann waren die an der Nordsee und dann haben sich die Idee dort überlegt. Das war's auf Rheine. Nur die Harten kommen in den Garten, aber in Medlern ist es auch die Malteser-Jugend. Luisa, was macht ihr hier? Wir bauen einen insekten- und bienenfreundlichen Garten hier an der Fechte in Medlern. Und wo habt ihr die ganzen Pflanzen her? Die haben wir von lokalen Firmen oder Bekannten, Freunden oder auch einfach ortsansässigen Personen gespendet bekommen. Und die Bienen, die fühlen sich hier ganz wohl, ne? Ja, davon gehe ich aus. Ist ja auch praktisch, wenn man gestochen wird, hat man den Rettungsdienst gleich dabei. Ja, auf jeden Fall. Dann noch viel Spaß. Dankeschön. In St. Ludgerus-Schermbeck stehen fünf Menschen auf Staffeleien hier in der Kirche. Ja, Sophia, was hat das damit auf sich? Also wir kommen von der Messiner Leiterrunde. Wir haben Ehrenamtliche interviewt, die sonst im Hintergrund stehen, dass sie jetzt auch einfach mal gezeigt werden, wer überhaupt alles tätig ist und dass sie auch mal im Vordergrund stehen. Das sind über 300 Stück. Die werden jetzt über ein Jahr hier ausgestellt, also 72 Stunden länger als ein Jahr, oder? Ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass wir halt mehrere Ehrenamtliche haben, können wir jetzt nicht alle gleichzeitig aufstellen. Deswegen haben wir uns überlegt, die Aktion einfach noch über einen längeren Zeitraum zu stellen, damit auch jeder dabei sein kann. Tolle Idee. Also wir proben hier mit den Senioren des St. Annaheims für einen Auftritt morgen. Wir bringen ganz viele verschiedene Lieder, junge Lieder, ältere Lieder und führen das eben morgen dann auch. St. Annaheims für einen Auftritt morgen. St. Annaheims für einen Auftritt morgen. St. Annaheims für einen Auftritt morgen. Wir verbessern hier gerade ein bisschen den Garten des Alten Heimes St. Johannes in Sensen. Und zwar haben wir ein Teich verschwinden lassen. Wir haben das ganze Geflucht drumherum abgeholzt. Wir haben Mutterboden besorgt, das aufgefüllt und werden es gleich mit schönen Blumen bepflanzen. Was wir auch noch machen, wir haben hier ein besonderes Hochbeet, wo Menschen mit Rollstuhl ranfahren können, sodass auch Menschen, die nicht stehen können, das bepflanzen können. Von Nord nach Süd, von West nach Ost, mein Highway to Heaven von der 72-Stunden-Aktion neigt sich dem Ende entgegen. Einen Abstecher mache ich jetzt noch zur Schützenbruderschast nach Münster-Kinderhausen. Wir als Jungs schützen Beteiligung sehr an vielen sozialen Projekten und haben das schon mal gemacht, Müll sammeln. Und haben uns überlegt, dass wir es noch mal machen, weil in Kinderhausen sehr viel Müll in die Wälder und an die Ränder geschmissen werden. Und es wird einfach schöner, als wenn es sauber ist. Also mich hat das heute total beeindruckt, so viele Jugendliche im Einsatz zu sehen. Organisiert übrigens von der katholischen Jugend, vom BDKJ. Ich sage nur Hut ab, hat Spaß gemacht.